Bei uns zu Hause im Naturpark Diemtigtal haben sich 70 Bauern zusammengestellt, um nachhaltige Produkte mit Mehrwert für die Tiere, die Natur und nicht zuletzt für die Konsumenten zu produzieren. Alle Bauernbetriebe setzen sich für das Wohl ihrer Tiere ein und setzen die Massnahmen für die Förderung der Biodiversität im Diemtigtal um. Darum sind unsere Produkte alle IP-Swiss Wiesenmilch zertifiziert und haben das Produkten-Label von den Schweizer Perk und von Migros aus der Region für die Region. Mit der Käserei in Burgholz haben wir einen Partner im Tal gefunden, die unsere Milch auf dem höchsten Stand der Technik aufbereitet und zu Käse für die Migros weiterverarbeitet. Die Milch und Käse aus dem Diemtigtal überzeugen nicht nur mit ihren Werten, sondern vor allem mit dem Geschmack. Der Bergkäse und die Milch aus dem Diemtigtal sind fast in allen Migros-Aren-Filialen erhältlich. Das garantiert allen den täglichen Genuss unserer Produkte. Mit dem Kauf der Produkte aus dem Diemtigtal unterstützen die Tiere die Berglandwirtschaft. Für die Tiere, für die Natur und für die Bauer. Die микros-Aren-Filialen Die Argentinitiative